Über 10 Millionen Mal wurde bereits gegurgelt. Die Corona-Tests haben die Marke am Samstag geknackt. Bis dahin wurden exakt 10.053.061 PCR-Proben ausgewertet, wie die Stadt Wien mitteilte. Davon waren 0,49 Prozent positiv. Es wurden also 49.673 Corona-Infektionen erkannt. Gesundheitsstadtrat Peter Hacker von der SPÖ lobte die Testaktion als Grundpfeiler der Pandemiebekämpfung in Wien und als wesentlichen Faktor, um die Inzidenz in Wien zu senken. Wöchentlich werden derzeit fast 600.000 kostenlose PCR-Tests von Allesgurgelt durchgeführt. Deutlich gestiegen ist die Zahl der durchgeführten Tests seit Anfang September, nachdem die Tests auch in den Wiener Schulen ab der 5. Schulstufe zum Einsatz kommen. Am bisherigen Spitzentag, dem 20. September, wurden mehr als 147.000 Tests absolviert. Insgesamt haben sich seit der Ausrollung des Programms im März bereits mehr als 1,2 Millionen Personen für das Testsystem registriert. Der Präsident der Wirtschaftskammer Wien, Walter Ruck, bezeichnete die gemeinsame Allesgurgelt-Initiative als internationales Vorzeigeprojekt. Diesen Weg solle man weitergehen, um Lockdowns in Zukunft zu vermeiden und das wirtschaftliche wie auch gesellschaftliche Leben zu normalisieren. Das gibt Ruck in einer Aussendung bekannt. Täglich werden für das Wiener Testprogramm bis zu 2000 Abholungen in ganz Wien durchgeführt, wie der Geschäftsführer des Unternehmens Lifebrain, das die Tests auswertet, Michael Havel erläutert. Der überwiegende Teil der durchgeführten gratis-PCR-Tests wird bereits vor 14 Uhr im Labor abgeliefert. Die Befunde stehen noch am selben Tag zur Verfügung. Aktuell beträgt die Dauer vom Gurgeln bis zum via E-Mail verschickten Befund laut Lifebrain rund 16 Stunden. Die Durchlaufzeit im Labor liegt im Schnitt bei rund 7 Stunden. Die Befunde stehen noch am liebsten.